So will Scooter Frontmann H.P. Baxter seine Verlobte Sarah, 22, heiraten Hamburg, Scooter Frontmann H.P. Baxter, bürgerlich Hans-Peter Gerdes, 60, ist verlobt Wie er vor seiner Braut Sarah, 22, auf die Knie ging und ob es eine kirchliche Hochzeit geben wird, verriet er jetzt in der NDR Talkshow Das war im September in Schottland, erinnerte er sich während des Gesprächs Ich habe mit Sarah mit einem Oldtimer eine Reise gemacht Quer durchs Land, also durch die Highlands Ich hatte vorher schon einen Ring gekauft und den hatte ich immer in meinen Jeans, weil ich dachte, wenn ich einen Heiratsantrag mache, dann nur, wenn sich ein passender Moment ergibt Eine Inszenierung wollte er nicht Das hatte ich früher schon mal, das hat nicht so funktioniert Als sie fast schon wieder auf dem Rückweg waren, war das Paar ganz allein an einem See So ein typischer schottischer See, ganz romantisch Und da habe ich dann den Antrag gemacht Mit Erfolg Die Studentin hat, ja, gesagt Was der 60-Jährige auf seiner Hochzeit tragen will, weiß er auch schon ziemlich genau Tagsüber in der Kirche würde ich gerne einen grauen Kart anziehen, den habe ich auch schon besorgt Am Abend dann einen schwarzen Smoking, so der Scooter-Frontmann Die NDR Talkshow ist zum Nachschauen in der ARD-Mediathek verfügbar Viel Zeit ließen sich die beiden nicht Seit März 2023 sind die Studentin Sarah und Happy nun schon ein Paar Wenig später ließ er die Liebesbombe platzen Viel Zeit ließen sich die beiden nicht Sarah ist bei mir eingezogen, das funktioniert sehr gut Ich genieße jeden Tag mit ihr, verriet Baxter der Bild Kennengelernt haben sich die beiden demnach in Hamburg Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt meisterten sie bei einer Veranstaltung auf Sylt Für den 60-Jährigen wird es jetzt die dritte Ehe Zuletzt war der Sänger mit Model Lysangela, 30, liiert Sie sind es genau so Short und sind die Karte an Die Schwarzschrage, 18, liiert ab 0, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6 und 6, 6, 8, 5, 6, 6, 9, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 4, 9, 11, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Untertitelung des ZDF, 2020